Ich bin jetzt auf YouTube, ja? Hmm... In der Hoffnung, dass es funktioniert, ne? Keine Ahnung. 30.000, ne, ist mir zu viel. Ich guck mal, ob es bei mir jetzt funktioniert, vernünftig. Wenn nicht, dann lass ich das echt. Hab ich dann echt kein Nerd mehr zu. Sag mal was, Michi. Hi. Ja. Es ist zwar verzögernd, aber man hört nicht. Ja, alles gut. So, jetzt heißt es warten, 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 warten. Wir haben jetzt bei allen drei erstmal Weizen gesät, ne? Mhm. Mhm. Okay. Dann passt das ja. Ja. Wie ist das? Ja. 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 Ja, wo wird der? Ja, wenn's irgendwas mit Outroad Spider oder so ist, das ist dann Steve. äh, ist denn Steve? Glaube ich. Ja. Das müsste er dann sein. Mauzi ist da! Die Mauzi? Oh, hallo Mauzi! Ey! Hm, ich kann ihn nicht mehr streicheln. Hofscheune, Hofdarrage, Hofhütte... Ja, brauchen wir ja erstmal alles nicht. Jaja, ist mir klar, ich schaue in die Hofscheune alt. Hört sich gut an, ne? Ja. Werkstatt? Auch nicht. Was? Eine Werkstatt. Gut, Werkstatt könnte man immer noch gebrauchen und ne Tankstelle. Ich glaube, Tankstelle haben wir jetzt gar nicht drin, ne? Mhm. Mhm. Ja, nun müssen wir mal gucken, wo wir tanken gehen könnten. Wenn man richtig den Shop hochfährt, dort hat es eine Tankstelle. Ja, gut. Dann müssen wir halt immer gucken halt, dass wir die nicht zu leer laufen lassen, ne? Die Trecker. Aber das dauert ja immer ein bisschen. Das ist ja der Vorteil. Mhm. Außer... Ah, der Tankanhänger wäre da. Tankanhänger wäre da. Diverses. Diverses. Anhänger und dann diverses. Ja, müssen wir da mal gucken. Na? Genau. Diverses.